Wir wollen sehr, dass die Gemeinde erneut anfängt zu beten und im Geist aufzustehen. Ich möchte, dass ihr betet und im Geist aufzustehen. Ich spreche euch, ihr Eltern, ihr Männer. Ich spreche euch, ihr Eltern, ihr Männer. Ich spreche euch auf jemanden, ich spreche euch auf jemanden. Gott spricht zu dir und Gott spricht persönlich zu mir. Er gibt Wachen, alles was wir brauchen. Wir müssen das lernen, dass wir das tun müssen. Wenn wir hierher gekommen sind, wissen wir, dass wir hierher gekommen sind? Womit sind wir hier? Mit welchen Erwartungen sind wir hier? Sag jetzt ehrlich, womit bin ich hierher gekommen? Mh, ein bisschen mit dem Gottesdienst abzusetzen oder von Gott etwas zu tun? Halleluja! Ich bin heute genauso als ein Papa. Ich bin heute genauso als ein Papa. Ich bin auch in der Lage, dass Gott das Wort wird. Du mir das Wort. Ich bin auch in der Lage, dass Gott das Wort geschaffen wird. Hört zu, hinter Jesus schli ich Tausende. Dessalte, Zehntausende, wir haben gehört, was er gepredigt hat. Wir haben das von ihm vermehrte Grund gegessen. Aber die Wunder haben nur diejenigen, die erwartet. die blutflüssige Frau hat Heilung bekommen. Warum? Weil in ihrem Herzen hat sie gesagt, wenn ich die Randseite des Gewandes anrühre, werde ich geheilt werden. Und als sie es angerührt hat, hat sie ihre Heilung bekommen. Und Jesus sagt, wer hat mich angerührt? Hunderte von Menschen haben ihn angerührt. Und sie sagten, Jesus, aber alle lünen dich doch an. Aber Heilung hat nur die Frau bekommen, die erwartet haben. Heute ist es genauso. Wir sind in diesem Raum, wir sind in diesem Raum, wir sind in der Schule. Und wir hören alle selben. Aber es kommt der, der Бог лично тебе проговорит, тебе daß помощь. Gott wird dir persönlich sprechen und dir Fragen geben. Dir persönlich. denjenigen, der erwartet. Denjenigen, der erwartet. Und deswegen stell dein Herz ein und sagen, Herr, hilf mir zu erwarten, hilf mir dieses Wort von dir zu bekommen und nicht leer von mir wegzugehen. Alle, die erwartet, alle, die erwartet, Gott gießt auf die Durstin. Und deswegen sprechen wir schon mit meinem Gottesdienst davon, dass wir uns erwarten, das ist sehr wichtig. Amen. Ammen. 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 Das Aus wüch yapt in der Jahre leidzere Woche hat er eine sehr einzelne BütünALL감을 in dem Schöne Realität und ich leid assez ernst. sehr ernst, nehmt und schaut sie euch nochmal an. Ich sage es nicht, weil es meine Frau ist. Ich sage ihr hundert Prozent, du bekommst solche Aufwand. Es war ein sehr gesalter Gottesdienst. Ich habe letztes Mal aufgenommen und ich nehme auf, ich höre so, und in mir drin habe ich gebetet. Ich höre dieses Wort, es ist wie ein geschmackhaftes Essen. Es hat mir so gefallen und ich habe gebetet und gesagt, Herr legt das in mein Herz, damit ich bis zum nächsten Sonntag nicht mehr vergissene, damit ich dieses Wort lebe. Ich höre dieses Wort, es gefällt mir, aber ich möchte, dass es mein Gott versteht. Ich habe einfach gesagt, Herr, schreib es auf die Tafel, weil es nicht mehr vergissene. Ich habe einfach gesagt, Herr, schreib es auf die Tafel. Ich kann es euch nicht so präsentieren oder an euch so heranbringen, wie es hier standen hat. Ich höre zu und ich sehe, wie Gott es einfach entschlüsselt. So kann ich das nicht. Ich habe selber für heute noch mal angefangen, für einen Kritik zu machen. Ich mache Pause bei dem Video und fange an weiter aufzuschreiben. Und Gott fängt an weiter zu meinem Herzen. 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 Und wie viele Stunden fängt an weiter zu haben? Es gibt etwas, das vor allem, wenn du nicht auf dich nennen kannst. Es gibt auch, wenn du davon aus dem Verstand heraus etwas weißt. Und es gibt auch die Situation, die jetzt etwas weißt. Und das ist der Moment, wenn du auch unter this weißt. Und in diesem Bereich, wo wir das letzte Mal in Gottesdienst hatten, Gott fängt an weiter zu haben. Gott fängt an weiter zu meinem Herzen. Gott hat aufCOMF-Ausinn zu ihm gesagt. Das Verständnis über das Verständnis über das Verständnis und das Verständnis über das Verständnis und das Verständnis über das Verständnis und wie wichtig das ist. Ich habe darauf gewartet, dass ich anfangen kann zu fassen. Wenn es so war, dass die Woche davor, ich bin am nächsten Tag erst am Abend bereit hatte. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich habe bereits drei Jahre gesagt, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich habe ein paar Jahre, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich habe in der Pause gewonnen. Ich habe in der Pause geblieben. In der Pause habe ich in der Pause. Ich habe in der Pause geblieben. Ich habe in der Pause geblieben. Ich habe sie mit dem Weg geblieben, um zu den Ablust. Ich bin in der Schule gegangen. Ich bin in der Schule geblieben. Ich bin in der Schule. Wie er sagt, als wir in der Posten sind, hier noch das Thema beidemt. Ich bin hier so ein ganz anderes. Ich habe hier gesagt, wenn wir hier in der Fasten werden. Und hier war so einfach ein Gebet. Wir haben für einander gebetet. Wir haben für einander gebetet. Wir haben alle Geben, die uns zerstört. Wir haben dem Geist widerstanden. Wir haben für die Regierung gebetet. Wir haben für die Regierung gebetet. Wir haben für viele Dinge gebetet, für die wir normalerweise fast nicht beten. Und Gott ging an etwas zu verändern. Und Gott ging an etwas zu verändern. Und deswegen dieses Wort, was wir sagen. Es ist ein prophetisches Wort. Es ist ein prophetisches Wort. Schwestern, das ist ein prophetisches Wort. Denn es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Unser Kampf. Wir haben gemeinsam gelesen, dass unser Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet ist. Amen. unser Kampf против властей ist gegen Herrschaften, gegen Fürsten, gegen Weltherrschaften, und gegen die Mächte der Finsternis, gegen Dämonen. Und wie viele es von denen noch gibt. Beispiel dazu kommen. Es ist deinem Weg gegen verbезд nicht gegen Pf interesting тому, wenn du dein Kampf latte bist. Es ist mir gegen Bas. Zu wenn du deinem Weg gegen unsere giaihe Und gegen die Welt erhebt. Darum leben wir. Es ist ein sehr sehr ernstes Thema. Gott möchte, dass du da selbst beginnt. Gott persönlich möchte, dass du anfängst zu widerstehen, dass du anfängst, das zu praktizieren. Obwohl wir wissen, dass die Gemeinde nach dem Fleisch kämpft. Und ich bin kein Ausnahme. Irgendjemand hat etwas wegen uns gemangt. Und es passiert sehr oft. Es passiert sehr oft. Und wir in uns drin belagern uns gegenüber diesem Menschen. Lass uns ehrlich sein. Lass uns ehrlich sein. Was passiert nicht eigentlich? Was passiert in uns drin? Wenn etwas nicht nach untereinander kommt. Wenn wir etwas getan haben. Wir fangen an, in uns drin zu kämpfen. Und manchmal nicht nur in uns drin. Manchmal auch nach außen hin. Wir fangen an zu verfluten. In uns drin sind wir bereit, diese Menschen umzubringen. In uns drin sagen wir den Menschen antworten. Warum hast du das gemacht? Und wir kämpfen. Und wir kämpfen. Wir dürfen eine Beleidigung alles einfach rausfahren. Und diese Atmosphäre in uns drin ist dann nicht das Reich Gottes. Obwohl wir wissen, je öfter wir das tun, umso mehr verlieren wir. Je mehr ich beleidigt bin auf mich. Obwohl sie auch falsch gehandelt haben. Umso mehr verlieren wir. Je mehr ich wütend bin auf mich. Je mehr ich wütend bin auf mich. Umso mehr verliere ich. Hörst du mich? Umso mehr verlieren wir. Wisst ihr? Vor kurzer Zeit auf der Arbeit hatte ich einen Konflikt. Einen sehr interessanten Konflikt. Protiv mich ein sehr einflussreicher Mensch hat sich gegen mich aufgenommen. Also hat angefangen gegen mich zu wirken. Und wenn du so ein starker Sturm war. Es war so ein starker Sturm. Man war eigentlich bereit, mich zu feuern. Aber wenn du verstehst, der Sturm war sehr groß. Der Konflikt war sehr ernst. Es ist nicht einfach nur, dass man ihm irgendwas gesagt hat. Und wenn du, obwohl ich dieses Wort kenne, und obwohl ich euch dieses Wort predige, und als man mich dann zum Vorstand legt, auf den Teppich, und als man mir ordentlich eins gesagt hat, bin ich zurück zu meinem Platzweg. Und jetzt ist das, was ich sage, was nicht in meinem Herzen hatte. Ich war so sauber auf diesem Menschen. Und wie kann er das tun? Und in mir drin fing ich einfach anzukämpft. Warum ist das so? Und in mir drin fing ich einfach anzukämpft. Warum ist das so? Und mir drin hat mich gefragt, Gott, ich diente nur dir. Warum ist das jetzt so? Und ich fing an mit Menschen kiempft. Und ich fing an mit Menschen kiempft. Ich hatte auch mit diesen Menschen zu sprechen. Ich habe allen meinen gezeigt, dass ich damit nicht einverstanden bin. Und die Atmosphäre wurde schlechter, und schlechter, und schlechter. Und die Atmosphäre wurde schlechter, und schlechter, und schlechter. Und dann, знаете, Gott стал говорить nicht über духовное право. Und dann fing an, Gott zu mir über geistliche Kampfführung zu sprechen. Und ich лежал auf dem Bett, und ich hatte einfach diese Frage, warum ist das so? Und so eine stille Stimme fragt mich, übst du den geistlichen Kampf aus? Zunächst, es hat mir das überhaupt nicht gepasst. geht es nicht ohne? Muss ich das machen? Ich bitte dich doch an. Und dann fing ich an, mich mit geistlicher Kampfführung zu beschäftigen. Und dann fing ich an, mich mit geistlicher Kampfführung zu beschäftigen. Und daraus führte Gott mich weiter, sodass wir anfing, es zu reden. Ich fing an zu beten. Für die Situation. Für meine Situation. Ich fing einfach an zu beten. 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 Weil ich verstanden habe, dass hinter diesen Menschen geistliche Wesen stehen. Die mich einfach zerdrücken wollen. Ich fing einfach an zu beten. 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 In mir drin hatte ich einen Kampf. Hier ich молюсь. Und in mir drin, hier weiß ich, aber in mir drin, was kann ich ihm antun? Und in mir drin war so eine Frage, was für ein Kampf ist? Wenn bei dir so eine Situation ist, wie hasst du das im Geist überhaupt? Ich halte mich. Ich halte mich. Ich halte mich. Dann muss ich mich wieder zusammenreißen und sagen, ich vergebe diesen Menschen. Ich segne ihn. Und so ging es eine sehr lange Zeit über. Und die Gedanken fliegen und fliegen. Und ich fing einfach an, mehr auf die Märkte widerstehen. Und dann, zwei, drei Wochen sind vergangen. Und auf einmal fängt dieser Mensch an mit mir zu sprechen. Mit dem ich ein Konflikt hatte. Die Atmosphäre fing an sich zu ändern. Und plötzlich war mein aller aller höchster Chef. Die Situation eingemischt. Und fing an ihm zu helfen. Und ich schaue. Und ich schaue. Und ich schaue. So wie heute Gläubnis gegeben wurde. Auf einmal. Fangen wir an, nun zu bestehen. Amen. Wenn du nicht gegen sie kämpfst, das bedeutet nicht, dass sie nicht gegen dich kämpfen. Wir denken oft, dass sie nicht gegen dich kämpfen. Aber so funktioniert das nicht. Das Wort Gottes sagt. Der Käufer läuft umher wie ein Käufer und sucht, wenn er verschwindet. Er hat heile Güte. Wenn er zu dir noch so rein geht, dann noch zu erheilen, dass du dich nicht hast. Er ist gekommen, um uns zu quälen. Das ist seine Aufgabe und das Ziel seines Lebens. Und wir Christen dürfen uns nicht entspannen. Wir dürfen uns nicht entspannen. Wir dürfen uns nicht entspannen. Wisst ihr, sie haben keine Macht. Aber sie haben Kraft. Wir haben es von euch gehört. Die Macht hat Jesus ihnen weggenommen. Aber sie haben Kraft. Aber sie haben Kraft. Und deshalb versuchen sie mit dieser Kraft auf dich und auf mich zu drücken. Und deshalb müssen wir beten. Fasten. Fasten. Für deine Kinder. Für deine Arbeit. Für deinen Chef. Für deine Kollegen. Für deine Kollegen. Für meine Kollegen. Für deineragende Heiligen. Für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft. Das wichtigste nur das. Die Gemeinde, die Gemeinde. Mitig destruănst du dir. Und dann gibst dich dich nicht noch so. Aber wenn wir dich gerade durchführen wollen, dann können wir uns über die Geistliche Kraft beten. Jesus lehrt uns, woher wir die Geistliche Kraft nehmen für den Geistlichen Kampf? Und wir haben mit euch darüber gesprochen, was in Matthäus 12, 21 ist. Können Sie einsteigen, was da steht? Помnen Sie die Geschichte mit dem Jusen? Und Jesus beginnt diese Geschichte mit dem Jusen. Und Jesus beginnt an, am Ende Geistliche Schriftlich ist wahrscheinlich. Und woher diese Kraft kommt? Und er sagt, diese Art lässt sich nur durch Gebet und Fasten austreiben. Amen. Diese Art lässt sich nur durch Fasten und Gebet austreiben. Hast du heute irgendeine Krankheit? Schaut mal. Ich möchte euch voll ernsthaft sagen. Ich möchte, dass in euer Herz ein tiefes Verständnis kommt. Und das ist das, was ich gebet habe, dass ich dieses tiefes Verständnis besitze. Aber diese Erkenntnis, dass jede Probleme, dass jede Probleme, durch Fasten und Gebet austreiben. Ich sage, dass jede Probleme, durch Fasten und Gebet austreiben, durch Fasten und Gebet austreiben, durch Fasten und Gebet austreiben, durch Fasten und Gebet austreiben. Wir sehen uns schon mal, als wir diese Schrift genommen und gebeten, durch die Kurda aufstehen, durch die von der Welt leben leben. Amen. Wir wissen, dass wir irgendwo schon haben gelernt, wo wir dich schon gelernt haben. Aber seid nicht verstanden. Es gibt noch Spiele in unserem Leben, wo es noch kein Ziel gibt. Es gibt noch die Probleme, wo es noch keinen Ziel gibt. Hast du das? Jetzt muss ich jetzt mal jetzt, wenn ich jetzt mal jetzt mal. Was sehr einfach ist, wenn es dort etwas gibt, dann heißt es, du musst das Gebet verstärken, vermehren. Die Jünger, sie haben auch den Boden ausgeprägen und geheilt, bis nicht dieser Jünger für ihn gespielt. Das heißt, sie haben schon irgendeine Erfahrung und irgendeinen Sieg. Und sie haben für ihr gebetet, und nichts geschah. Und der Vater dieses Gebet hat gesagt, ich habe ihn zu den Gebet, aber sie konnten nicht helfen. Es gibt auch ein Problem, vielleicht waren es, wenn wir verschwinden, und du hast gebetet und gespielt, du hast irgendwo gesiegt. Aber es gibt noch irgendwelche Sachen, in denen es noch keine Antwort gibt, und Gott sagt heute zu dir. Das heißt, dort muss man das Gebet und das Fasten verwehren. Es gibt viele Christen, die mich eingeschlossen haben. Wir beten gegen Krankheit. Aber die zweite Frage. Aber wer fassen dafür? Wir haben irgendwo gelernt. Wir haben irgendwo gelernt. Wir haben irgendwo gelernt. Wir haben irgendwo gelernt. Wir haben irgendwo gesagt, für andere bete, bete. Aber wenn es nicht hilft. Aber wer von uns passt? Ein Tag, zwei, drei, drei Tage. Aber es gibt noch eine Woche. Weil Jesus, als er die Schlüssel gab, hat er gesagt. Nicht nur das Gebet, Amen, sondern auch das Fasten. Oh, ich habe gebetet, ja. Es gibt ein Verstärker für Gebet. Es gibt ein Verstärker für Gebet. Ein Verstärker für Gebet. Oh, das Fasten. Wenn du mit dem ключ in die Schlüssel wставляst, du wirst, du wirst du wirst, und du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst. Genau. Das ist so durch Rieslinger. Das ist so durch live Format línea. Und du wirst, du wirst, du wirst er Gewalt lachen durch. Jeden Secretary sein muss, was du wirst, du wirst. Das Fasten ist der Verstärker. Amen. Aussage nicht besser! Vielleicht du das fest wie gut. Ich möchte mich sagen. Mir weiß nicht. Ich möchte gerade, ich möchte dir das nicht hören. Aber jetzt wird man etwas verwandeln. Apostel ist ein Verstärker. Du wirst ihn nicht umgehen. Wenn du weißt, dass es nicht passiert, beginnest du weißt. Wenn du weißt, dass 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 du weißt. Wenn du weißt, weißt du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Ich lass schon mal zu mir, ich werde dasicksal. Wollte du weißt, dass du weißt. Sag mal, du weißt, ich werde das übersetzen. Dir wirst du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt. Dann hast du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt. Um, sag mal, sei klar, du weißt. Denn Gott hat gesagt, diese Art, jegliches Problem, lässt sich ausgreifen durch Fasten und durch Gebet. Wisst ihr, wir müssen eine Offenbarung über das Fasten bekommen. Fasten, das ist Demut. Amen. Lasst uns die erste Schriftstelle aufschlagen, das ist 1. Petrus, 5. Kapitel, 6. Vers. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6. Und so demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zu eurer Zeit erhebt. Amen. Und so demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, als ich in dem Namen habe, habe ich aus, ist in dem Namen. Es ist schön geschwistert. Und so demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Jetzt, wie dieses Problem ist, wenn wir jeden Tag mit den Weg beginnen, losst uns, also mit der Mögenheit zu reagieren. Ja, wenn wir nicht zu menschlich die Probleme machen, Das ist nicht auf menschliche Weise, sondern in dem, dass die Probleme, wenn ich meine Machen und die Bedeutung bin, das ist, wenn ich meine Machen und die Bedeutung bin. Das zweite ist unser Fasten. Das ist sehr wichtig, unser Fasten. Das ist sehr wichtig. Wenn du den Fasten für das Wachstum der Gemeinde machst, wie viele von uns, wie viele Fasten haben wir für das Wachstum der Gemeinde? Wir alle habe gesagt, dass man nur den Fasten muss. Aber wie? Aber es ist echt wichtig. Smeereien? Das ist, dass wir vor jemanden sind. Wenn wir ihn für jemand anderen sehen. und sage Gott, ich sehe sein Leben und ich möchte fasten, damit in seinem Leben Veränderung kommt. Und für den eigenen geistlichen Wachstum. Ich habe mir die Frage gestellt, Alexander, wie oft hast du gefasst für dein eigenes geistliches Wachstum? Ich habe verstanden, dass es nicht oft ist. Für die Gemeinde, ja, aber wofür für mich ich bete? Aber du bist ja, du betest ja, es reicht. Der Schlüssel besteht aus zwei Teilen. Und du kannst dieses Fasten nicht wegschneiden. Du wirst die Hälfte verlieren. Amen. Das ist Demut. Und den Demütigen gibt Gott Gnade. Das ist das, was von Ihnen gesprochen hat. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Und Gnade ist die übernatürliche Kraft zu überwinden. Es ist die übernatürliche Kraft zu siegen. Und du wirst, wie ich jetzt so eine Formel besitze. Und ich bitte, ich notiere die Formel. Sie ist sehr simpel. Wer fastet und wer betet, dem gibt Gott übernatürliche Kraft zu siegen. Das ist so einfach. Wer fastet und wer fastet, bekommt übernatürliche Kraft. Jedes Problem zu besiegen. Jede Situation. Amen. Deswegen ist es so wichtig, nicht einfach zu beten, sondern auch zu fasten. Wenn man sich auch nachher und unsere Nachricht sagt, dass jemand hier nur die Hälfte bestimmt ist und sagen, dass jemand heute nicht mehr freundet. Ich weiß, was Sie sind. Aber wir sind fast nicht. Wir sind fast nicht. Ich will nie, das ich heute noch nicht. Aber wir sind fast nicht. Dann haben wir fast zu können. Ich will mehr viel zu diesem Leben. Und ich will, dass es Ihnen zu vieles gemacht hat. Wenn du bereit bist, kannst du sagen, ich nehme fast, weil ich weiß, dass ich meine Kraft bin, weil ich weiß, dass ich meine Kraft bin. Ich werde mich nach vorne bewegen. Amen. Jesus sagte, ich gebe dir Macht. Und auf alle feindliche Kraft. Jesus sagt, du hast Kraft. Ich sage, du hast Kraft. Und du hast Kraft, auf diese Kraft zu treten. Amen. Wir haben Kraft. Warum? Wofür? Um zu aufzudrehen. In unseren Händen liegt Kraft. Auf uns liegt eine Verantwortung. Aufzudrehen. Das wird niemand für dich tun. Es wird niemand für dich tun. Es wird niemand für dich tun. Es wird niemand für dich tun. Aufzudrehen. 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 Auf alle S Broaden. Führe aus! ante Hilfe! At Hope! At Hope! predictableato 5. 6. 8. 9. 10. 10. 11. 14. 15. 16. 16. durch Gebet, durch Fasten. Jesus sagt, ich habe Macht, um drauf zu drehen. Tritt drauf, durch Gebet, durch Fasten. Unser Gehorsam nähert uns zu Gott. Hört mal zu. Ausgerechnet Gehorsam führt uns in eine Beziehung mit Gott. Ich werde euch jetzt etwas erzählen. Ich habe hier einen Schlüssel entdeckt. Man hat oft davon gesprochen. Ich möchte eine Ehe mit sich mit Gott. Wie wir uns встретieren? Er möchte und ich. Und Gehorsam ist das, was uns vereint. Wenn ich Gehorsam bin, dann entsteht zwischen Gott und mir eine lebendige Beziehung. Und jetzt genau dasselbe andersherum. Ungehorsam entfernt uns von Gott. Von einer lebendigen Beziehung. Das heißt, dass wir nicht darauf hören, was Gott sagt, wird unsere Beziehung mit ihm entzweigelassen. Wir brauchen Gehorsam. Aus unserem Verhältnis, aus unserer Beziehung mit Gott entsteht Macht. Oder wird Macht geboren. Es ist nicht einfach nur eine Formel, sondern sie entwickelt sich aus einer Beziehung mit Gott heraus. Und wir lesen davon. Wir lesen davon. Wir lesen davon. Wisst ihr, Gehorsam kommt nicht einfach so. Ich habe mich davon geschrieben. Ich habe festgestellt, dass es unmöglich zu sagen, sei Gehorsam. Und er wird nicht Gehorsam. So etwas gibt es nicht. Es gibt Gehorsam. Ich wurde einig. Es gibt Gehorsam. Es gibt Gehorsam. Es gibt Gehorsam. Es gibt Gehorsam. in unserem Leben, wo wir sagen, Adam habe ich noch keine Aufmerksamkeit. Lass uns das gleiche. So ist es doch bei uns. Aber wir geben nicht einen Prozess und Gehorsam ist ein Prozess. Und Jesus musste auch Gehorsam werden. Ihr wisst, als Jesus getauft wurde, wo der Heilige Geist in die Wüste wurde. Und was geschah in der Wüste? Was hat er getan? Was hat er getan? Das ist ein Prozess. Das ist die Wüste. Du musst überall durch den Wüste. Das ist es. Das ist nicht so, dass er auch ein Prozess. Aber dem Jesus hat es uns für 40 Tage heil ist. Nicht nur Gott. Er ist das Beste. Er ist einfach. Er ist einfach. Er ist einfach. Aber wir werden auch von mir an Pflicht. Und wenn er es auf das Beste hat, Und das ist mit Jesus. Er hat verrückt. Mit Kraft. Und was? Die Dämonen fing an ausgetrieben zu werden. Die Wunderfinger. Du hörst mich? Вот, когда был и пост, и молитва, и пост, и молитва, und Gebet gab. Ничего у нас это решение. Если что-то не двигается, нужен и пост, и молитва, и тогда ты увидишь, как это счет. Аминь! Иисус говорит, Иисус везде учил о послушании. Иисус говорит, иисус не на что-то не делаю, если я не вижу Отца Творящего. Иисус говорит, Иисус взрослый, чем я не спасибо, чтобы не было, что он не делал. Помните это историю, когда мы слышали? Иисус сказал, Иисус даст рост, и Азер, и он не забыл, и не выбежал туда. Иисус не сбыл до него. Послушание. Er hat gewartet, bis er den Pfad mitgebracht hat, und als er es bekommen hat, hat er gesagt, wir gehen, genau jetzt werden wir uns bewegen, hört man, wenn wir nichts gehört haben, aber gegangen sind, wird es keiner. Gehorsam nähern uns zu Gott. Die Kraft vom Himmel fließt nur auf die Menschen, die sich der Macht Gottes unterordnen. Die Kraft vom Himmel fließt nur auf die Menschen, die sich der Macht Gottes unterordnen. Gott, ich habe hier etwas gelernt, wie ich es geschrieben habe, und es ist so, dass es genau die Wurzeln meiner Predigt ist. Послушайте, смотрите, wie wir die Menschen nennen, denen man etwas sagt, aber sie tun es einfach nicht. Wie wir sie nennen? Wurzeln? Oder wie noch? Wenn wir die Tat城-Flösse geben und vorhatten ihre Freundin sagen, deren Kinder sich zu diesem Wurzeln sagen, aber wie sie sich nicht zu dem? Sie müssen nicht zu diesem Wurzeln sagen, dass sie zu diesem Wurzeln oder die Menschen die Menschen nicht zu diesem Wurzeln sind. Sie sind nicht zu diesem Wurzeln, sind sie zu diesem Wurzeln. Sie sind ein Wurzeln, an diese Menschen zu einem Wurzeln. Und jetzt, wenn Gott zu dir und zu mir spricht, dass wir jeden Tag das Wort Gottes lesen, wenn er sagt, du sollst nicht von deinen Augen weisen, wenn er sagt, du lehre dich deinen Tag und wenn er sagt, du sollst fast, wenn er sagt, du sollst fast, wenn er sagt, dass du sie, du sollst nicht sagen, wenn er sagt, du sollst fast, wenn sagt, er sagt, dass wir, wie wir sind, du sollst nicht. Wenn er sagt, du sollst fass uns, fassen wir, worum die man. Das sagt, wir sollen mit den Geistlichen Kindern unterstützen, aber ich sage, wir tun es nicht, wer sind wir. Ich will, wenn wir glaube, wie wir sind, sind wir, aquellos und sie sind Nastmmm. und wir sind diese Odmersende. Und deshalb in unsere córоки nehmen, die sich mehr Stolz und un Kelly coughs Frauen betốiagi und diese produção, dass Development ist. Und nicht die Macht Gottes. Du hörst mich? Du wirst mich? Du bist eine Krankheit oder Probleme. Aber sie gehen nicht weg. Warum? Weil du keine Kraft hast. Warum? Weil die Kraft nur auf den Menschen zu tun. Weil die Kraft fließt nur auf den Gott. Wenn wir tun, was Gott sagt, fließt Kraft. Und wenn wir nur auf den Menschen zu tun, wir sagen, dass ich kein Offenbarung habe, ich bin müde. Wir fangen Gott an zu uns zu widerstehen, und wir haben dann keine Kraft. Amen. Wenn du weißt, dass man den Zehnten bringt, und das nicht tut, wenn du weißt, dass man den Zehnten bringt, und das nicht tut, dann kommt der Fresser, und frisst, weil Gott sagt, dass man keine Kraft hängt. Weil Gott das hilft, dass du weißt, dass du keine Macht hast. Und weil er das nicht verletzt, weil er weiß, dass du keine Macht hast. dann können wir sagen, du bist du Maman, du bist der 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 Maman. Wenn wir nicht so tun, was Gott gesagt hat, dann wir nicht die Maman, sondern das Maman und die Maman. Also entscheidet ihn wirklich an ihm von der Lose Hoh. Was sagst du, was sagte dein segerausmg sei! Was sagst du, was sagst du, was sagst du, was sagst du den Lose Hoh. Über das im Gesamt und das gerendnis zu werden. Und dann, dass Gott auf der Lose Hoh und Gute zu benötigen. Und das lawnmog ist, dass Gott an und Verlust und den Losen Hoh. Amen! Wenn ich dem gegenübergehorsam bin, wenn meine Kinder mir gegenübergehorsam sind, dann gebe ich ihm alles, was du brauchst. Wenn du gehorsam bist, gibt Gott dir alles, was du brauchst. Gehorsam ist, er schlierst du, braucht es, man. Und da, wo ein Schauspieler sagt, ich habe keine Aufwand, und dann verließe ich, da kommt der Jörg. In der nächsten Überschrift ist der 1-Jörg, 1-Jörg, 8-9-Jörg. Wir schauen, wie in dem Cassus Jeb, 8-9-Jörg ist er zu verliehen. Und hier schauen wir ihn an. Das ist ein Bezug auf die Erschriftstelle, das ist mehr sicher, dass es in unserer eigenen Sprache gibt. Buhren Sie, Bedeutung und Bedeutung und Bedeutung. Begründung, Herr und Herr, wie der Lauf im Leben der Lauf, der Sie ihn nicht auf einmal k'Daktion um feiern Sie. Nach der Hose der Vertriebe ist die Wahrheit, Sie be efendim die Verwerte der Vertriebe. Dem widersteht fest im Glauben, будьте тверды верen, ибо вы знаете, что через такие же страдания проходят ваши братья и сестры по всему миру. Противостоите им твердой вере. Будьте благоразумны. Будьте gesundheitны. Это то, о чем говорила сегодня сестра с самого начала. Я говорю так. Обреки. Будьте благоразумны. Будьте бдительны. Вот почему нужно постоянно молиться за всех сферах жизни. Потому что Бог говорит будьте бдительны во всех сферах жизни. Молиться нужно за начальство. Молиться нужно за школу. Молиться нужно за институт. Молиться нужно за полицию. Не нужно молиться. Потому что Бог говорит будьте бдительны. Почему? Потому что Диабол ходит. Он ходит. Он ходит и ищет. Мне не нравится девятости. Противостоите ему твердые веры. Противостоите. Как? Вопрос такой очень простой. Как мы противостоим ему? И опять будет тот же самый ответ. Когда я не соглашаюсь с тем, что вижу. Встаю и начинаю ходать. Когда я совещаю делать. И он умирается. Он умирается. Он умирается. Для меня я вижу. Нам просто нужно это делать. И я ищу не понимать как делать. Делать каждый день. Вставать. Молиться. Просто делать. Просто делать. Просто делать. Знаете, читая эти описания. Я понимаю одно. Вдякую. Нападки дьявола будут всегда. Либо на здоровье, на работу. Всегда. Поэтому слово Божие говорит. А вы противостоите ему. А вы противостоите ему. И для меня это не одноразовое действие. И я понимаю, что это не одноразовое действие. Это действие во время. Когда я каждый раз противостою. Свои действия противостоят. Свои действия противостоят. Наша часть. Противостоять я. Скажи, моя часть. Это противостоять ему. В молитве и постиг. Обид. Следующее. Второе Коринфя. Второе Коринфя. Десятая глава. Второе Коринфянам 10. Третий и Третьего 3. Vers 3. 1. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 7. 9. 10. 14. 16. 15. 15. 17. 15. 16. denn die Waffen unseres Kampfes. Abraham, was hat denn für eine Waffe? Wenn es steht, die Waffen unseres Kampfes, welche Waffen haben wir? Das? Halleluja. Das Gebet des Fasten, Halleluja. ет precipitatus! Maurice, Its daughter. Mach das ist meine Waffen! Es ist meine Waffe! Es ist meine Waffen! Es ist Music und es gibt meine Waffe! Entschuldigung! Das ist mein Waffen! Das ist meine Waffen, neuen Waffen! Das ist mein Waffen! Der ist dein Waffen! Das ist deine Waffen! Attacke, dein Waffen! Das ist dein Waffen! Der ist dein Wien! Das ist dein Gebet. Das ist nicht deine Frau, das ist dein Gebet. Das ist dein Gebet. Das ist dein Gebet. Und dann sagt er, in dieser Gebet, in dieser Gebet, was wir tun? Wir zerstören. Wir zerstören. Amen. Wir zerstören. Wir zerstören. Wir zerstören. Wir zerstören. Ihr all das, was gegen ihr diese Festungen werden zerstört. Und die nicht verhalte, wir zerstören. Wir zerstören. Wir zerstören. Wir zerstören also, was die Gebet war. Wir zerstören. Wir zerstören. Zerstören. Amin. Wir zerstören. Wir zerstören. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erneut, und jeden Gedanken, Empfang erneut, zum Gehorsam gegen Christus. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erneut, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erneut, und die sich gegen die Erkenntnis Gottes erneut. Amen! Wenn wir mit Ihnen sprechen, dann hier sieht es, was man in der Gemeinschaft anwesendung muss. Hier wird gezeigt, wie man braucht, dass man die Erkenntnis Gottes will. Wie man das will, dass man die Erkenntnis Gottes will. Da man die Erkenntnis und die Erkenntnis Gottes will. Hier läuft so eine Auftrieb. Nicht einfach mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott, mit Gott. Hier wird nochmal konkret erklärt, was genau man tun muss. Und es ist eine sehr gute Möglichkeit, um jetzt, wenn du dieses Wort hörst, dass du dir ein Zeichen von Menschen schreibst, von Menschen, mit denen du immer Kontakt hast. Und fang an, nach diesen Bibelstellen für diese Menschen zu beten. Fang an, für seine Wettung zu Fasten. Wissen Sie, dass Jesus 40 Tage lang in der Wüste war, für wen hat er gefastet? Jesus hat nicht für sich gefastet. Er war ohne Sünde. Er hat nicht für sich gefastet. Er hat für uns gefastet. Das ist wichtig, dass wir fast und beten für diese Menschen. Dass wir fast und beten für diese Menschen. Und wo die Послушung? Gott sagt dir jetzt, tuier, 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 tuier. Und? Hier ist der Gewörse. Gott sagt, nicht deine Waffe, sondern meine Waffe. Und füllen. 들어� mir die Segen. chodzi. Also vers�te in den Punkt." Leise und die Glaubenssitzel. Jesus ist die Liebe und die Glaubenssitzel. Und die Med upgrade der Gemeinsen sind. Dort wird niemand. Damit du legacy und das bleibst. Nichts will die Gott wiederkидste, Take pornen werden. Und die Glaubenssitzel sind nicht. 내가 hier nicht mehr Endureklatl because you do it. Er hat die Geheimacht. Sie nehmen einfach und fangen an zu beten. Sie fangen an, in Stürbitte einzustehen. Amen. Wie hier ist es für uns gefasst, so müssen wir für die Menschen gefasst. Wir wollen eine große Gemeinde, wer möchte eine große Gemeinde? Hier sind die Schlüssel. Denn die Sch学te, wie sie voll sind, beuten und fassen, Egal, bebeten und fassen. Wenn sie eine große Gemeinde und die Liebe, schlussend sind. Für mich ist es sehr wichtig! Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bekommen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Wisst ihr, wann Gottes Kraft fließt? Wenn euer Gehorsam erfüllt wird. Möchtest du, dass jemand aus deiner Familie, für den du schon lange wirst, nicht bekehrt? Die Kraft dafür kommt dann, wenn du in Gehorsam das tun wirst, was Gott sagt. Ich muss fast nicht werden. Man muss beten nicht werden. Amen. Und das sind die wichtigsten Schlüssel. Wenn wir im Gehorsam sind und über Gehorsam beten und fasten, wird auf uns Macht und Kraft ausgelöst. Die nächste Stiftstellung. Sie hat mir so gefallen. Lass uns das Lukas-Evangelium 12, 31 aufschlagen. Lukas 11, 21, 21, 21. Oh, und du weißt, Jesus lehrt uns ein weiteres Buch. Und hier sieht er das Buch. Und als ich gesucht habe, dachte ich mir, wow, wie ist das? Wenn der starke Bewachende seinen Hof bewacht, bleibt sein Besitz in Frieden. Und wenn der starke Bewachende den freundlichen Stift von Frieden,ル so sein wird, wenn der Stift auf die Hälfte Kraft auch die ihr neste Möglichkeit Cald dann mit ihnen gebeten. Ja, wir sind die starke Bewachende der Stift und die Christiane in Frieden und werfe, der Stift auf, dass er die espacio ist. Und so sind wir starke? Und so sind wir starke? Wir sind die starke? Wir sind die starke wie Jesufte. Und als Gott uns stark macht? Wir sind die starke. Wir sind die starke? Wir sind die starke, die schade! Ja, wir sind die starke. Jetzt sind die starke. Und jetzt ist er zweite Teil. Durch Waffen. Кто-то bereits wusste, dass er sicher ist sein für ihn. Ein Problem, dass er sicher ist. Wenn er schlag, wenn er wacht, wenn er mit dem Pfad, dann ist es dann, dann sagt Jesus, dann wird dein Besitzung in Sicherheit. Dann ist dein Besitzung in Sicherheit. Und diese Schriftstelle ist im Kontext von den Dämonen ausbrechen. Wenn ihr vorher oder nachher lest, er leert über Dämonen ausbrechen. Wenn ihr die Schriftstelle ist, dann wird dein Besitzung in Sicherheit. Wenn ihr die Schriftstelle ist, dann wird dein Besitzung in Sicherheit. Und wir werden die ganze Zeit zurückkommen. Der Stärke mit der Waffe in der Hand. Und wir werden die ganze Zeit zurückkommen zum fastlosen Gebet. Und du wirst das nie umgehen können, nie. Amen. Und dann geht ihr her. Unser Gehorsam gibt Gott die Möglichkeit, uns Kraft zu geben. Dass ein enges Verhältnis entstehen muss. Und unser Gehorsam. Und unser Gehorsam. Wenn wir schon am nächsten Sonntag vergessen haben, von ihm gesprochen wurde. Entledigt uns alle dessen. Amen. Deswegen ist es wichtig, nachzudenken, durchzuschauen und darüber nachzudenken. Deswegen lasst uns bitte die Augen schließen und wechseln. Danke schön.